Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Anlöse für den Mittwoch, den 20.03. Ja, und unser DAX, der driftet weiter hier im Kreis unterhalb seiner 18.000 rum und hat sich hier einen, ja, wenn es mal wieder länger dauert, dann schnappt ihr einen Monkeys-Riegel. Um mal hier keine werberechtlichen Probleme zu bekommen, habe ich das Bild mal so ein bisschen abgeändert. Und ich denke, wir brauchen gar nicht viel Zeit verlieren. Hier ist alles, ach, guck mal, er ist sogar per Schluss hier mal über die, der ist ja per Schluss noch drüber gekommen, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Die ganze Zeit drauf geguckt, die haben wir nachher nach 18.000. Jetzt ist er tatsächlich, der Tagesschluss noch über 18.000 gekriegt. Ja, das ist doch, das ist, glaube ich, das erste Mal, ja, der erste Tagesschluss über 18.000. Es ist auf, zumindest der X-Tax-Indikation, also der offiziellen XITRA-Indikation, die bis 22 Uhr taxiert, ist es das erste Mal, dass wir über die 18.000 geschlossen haben. Er ist vielleicht ganz viel Euphorie auch noch nicht angebracht, muss jetzt auch einfach zeigen, dass er darüber stehen kann. Aber sollte es ihm gelingen, sich nach oben dann weiterzuschieben und auch die 18.000 von oben kommen, dann nach oben abzuwehren, sind hier definitiv die nächsten Ziele weiterhin möglich. Das bleibt unverändert. 18.000, 18.000 kennt ihr alle, das kommt auswendig, 18.000, 18.000, 19.000 brauchen wir deswegen nicht viel Zeit für verlieren. Und, ja, mache ich die Analyse auch nicht unnötiger, als es ist, denn unten bleibt auch alles gleich. Hören wir die 29.000, die 29.000 müsste nach unten deutlich unterboten werden, auch von unten dann bestätigt werden, um eben Ausbruch anzuzeigen aus der Range. Dann die 8.000 nach unten rausnehmen und er kommt tiefer. Bleibt er nur so stabil und ruhig zur Seite, wie das jetzt momentan ist, würde ich aber eher damit rechnen, dass er eben oben rausgeht. Und da ist auch, egal wie lange das dann dauert, ja, es ist dann nur eine Zeitfrage, beziehungsweise es ist nur eine Zeitfrage, es ist eher bulliger Natur, dann in der Regel, ja, in der Regel bestätigt immer mal die Ausnahme, aber es ist oft so, wenn der Markt einfach ruhig zur Seite bleibt, dass er eben dann noch nicht mit dem Hocheinverstanden ist. Das sieht man in der Abwärtsbewegung genauso, ja, wenn der Markt unten flach am Tief bleibt, dann kommt eben oft auch einfach noch eins hinterher, bevor es wieder in eine schöne Umkehr reingeht. Ne, das muss man wirklich sehen, da muss Dynamik nach unten reinkommen, dass man eine Umkehr erkennt, ansonsten sehen es die anderen Marktteilnehmer ja auch nicht. und dann verzieht sich dann auch keiner aus seinen Positionen, also da kriegt hier keine Angst zum Bange und sagt sich, na gut, dann sichere ich hier ab, auf die letzten 200 Punkte lege ich es nicht mehr drauf an und dann zack, 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 führt eins zum anderen und der Markt fällt tief, aber das tritt einfach nicht ein, wenn er so ruhig zur Seite bleibt und dann dauert es einfach nur noch ein paar Stunden, Tage oder was auch immer und bis er neue Käufer findet und sich dann oben rauskriegt. Ich will es nicht zu 100% nach oben analysieren, denn wir sollten immer auf beiden Seiten ein bisschen offen sein, aber rein von der charttechnischen Betrachtung her müssen wir es schon aufwärtsgerichtet bewerten. Ja, es ist ein intakter Aufwärtsrennen, das haben wir jetzt jeden Tag gesagt, aber er muss halt eben auch mal die 18.000 noch rausnehmen nach oben, um da weiterzukommen. Wie gesagt, höchster Tagesschluss aller Zeiten, zumindest auf der Basis, wird er dem Mittwoch durchaus mal ein Fenster oben öffnen, weiterzukommen. Hat er die ganzen Tage schon gehabt, aber komm, mach mal was. Ich mach hier zu, wünsche euch was, wir hören uns morgen wieder, tschüss. Ich mach hier zu, wünsche euch was. Ich mach hier zu, wünsche euch was. Ich mach hier zu, wünsche euch was.